so dynamic modus und autobahn manueller modus im s5 tdi also v6 kann man direkt loslegen und das hat man tatsächlich oder habe ich jetzt in der letzten zeit echt selten gehabt wir haben jetzt schon 200 fast das ding schiebt durch mit 700 newtonmetern und das macht richtig laune und dazu ist es natürlich noch ein absolutes langstrecken auto von hoher qualität und von hohem entspannungsgrad wenn man jetzt hier auf die fahrzeugfunktionen geht dann kann man hier nicht nur fahrwerk und sowas einstellen sondern auch die sitzmassage hier aktivieren das heißt ich kann jetzt mit 250 sachen hier ganz entspannt mit den rücken durch kneten lassen und es ist richtig ruhig hier an bord das ist fast ja es ist bisschen wie business class reise ist ein bisschen was wie im flugzeug wir haben jetzt hier die 250 locker erreicht und er schiebt so richtig richtig schön durch und fährt vor allem wie auf schienen und das bekommt man ja nicht so wahnsinnig vielen autos dass das hier alles so perfekt abgestimmt ist und damit ein herzliches willkommen zu automativ.de wir sind heute im audi s5 sportback tdi also wie schon gesagt habe mit v6 dieselmotor einer der letzten und einer der wenigen die wir hier noch im vw konzern haben wir hatten ja auch schon mal mehr zylinder noch wir hatten wer sich erinnern mag auch noch mal die v8 tdi motoren und ganz früher ist der diesel doch sehr sehr hoch im kurs stand was er ja heute nicht mehr tut leider da kommen wir auch noch zu sprechen darauf zurück da gab es sogar dann v12 dieselmotoren auch in einem r8 prototypen wer sich erinnern kann hat ein v12 diesel mal gewohnt aber das auto das kam dann nie nie zur serienreife leider das wäre vielleicht noch was gewesen wenn es diesel geht also diese ganze diesel krise rund um volkswagen nicht gegeben hätte sehr 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 schade so aber jetzt sitzen wir heute in diesem auto und wir gucken uns dieses auto mal generell an für wen es ist wir gehen auf verbräuche ein wir gehen auf leistungswerte ein wir gehen auf beschleunigung ein und wir gehen vor allem auf die langstrecken werte ein wie man es ja auch gerade auch schon gesehen hat das alles das sehen sie jetzt ja das macht richtig spaß hier im audi s5 cdi auch wenn es diese ist ist er echt sportlich und verzögert auch ganz gut wie man ja auch gerade gesehen hat ja ich lasse ihn gerade noch mal laufen weil dann hört man auch das blubbern hier hinten man merkt okay das linke endrohr das ist echt da kommt auch wirklich was raus hier zwei flut doppel flutig doppel flutig auf der rechten seite allerdings da ist es nicht echt hier ist einfach nur eine blende die kommt nichts raus das ist alles zu hier schade so ein bisschen schade ist es schon vor allem für mich als nerd nicht doppelt zwei doppel flutige endrohrer habt dann möchte ich sie eigentlich auch in kompletter funktionsweise haben aber so ist nun mal war es ist ein bisschen bisschen frisch tatsächlich jetzt hier geworden danke dann machen wir das hier mal so schnell so der s5 tatsächlich danke der s5 ist und bleibt einfach ein sehr elegantes und schönes coupé hier vorne man sieht 18 zoll sind serienmäßig die haben wir jetzt auch montiert als winterräder mache ich mal aus weil wir wollen kurz einen motor dann gehen und wir haben ihn hier in quantum grau stehen also eine wirklich schöne farbe mit privacy verglasung hier hinten mit schwarzen akzenten sehr sehr schön gemacht und der s5 blitzer von flitzer vorne am seitlichen kotflügel so jetzt hier die motorhaube was ich immer schön finde sind immer wo der schnauft ganz schön sind immer diese großen großzügigen motorhauben die bis ans äußere ende gehen die sind teuer wissen wir auch schon bei marken zum beispiel geht es ja noch weiter sind richtigen nach shell haube geht es ja noch weiter auch das ist sehr sehr teuer das hier alles abzudichten und vor allem mit den spaltmaßen hier in der fertigung in der produktion das alles so zu managen dass es nachher auch ordentlich und schön aussieht das herz hier unten drunter das ist sehr sehr beeindruckend das ist der v6 tdi wie ich vorhin schon gesagt habe die größer größten serienmotoren in der masse zumindest im vw konzern waren dann mal die v8 tdi motoren mit 400 ps je nach fabrikat 390 380 manchmal auch 400 ps im cayen diesel zum beispiel im audi a8 diesel dann hatten wir sie auch im vw tuareg als v8 diesel drin das sind schon sehr schöne motoren gewesen die haben wir jetzt nicht mehr durch all das was passiert ist haben wir aber jetzt noch hier diesen v6 tdi und der reicht auch schon 341 ps 700 newtonmeter sind jetzt hier aus drei litern man hat bei diesem facelift modellen bei der modellpflege dieses s5 sportback tdi also auch s5 tdi wie auch immer hat man hier ein paar ps abgezogen jetzt in stadt 347 dies noch 2020 waren nur noch 341 man merkt den unterschied aber tatsächlich nicht sehr stark beschleunigung von 0 auf 100 das werden wir hier gleich noch machen sind 4,9 sekunden beim normalen s5 tdi sind 4,8 sekunden das geht also ganz schön vorwärts was tatsächlich jetzt hier richtig besonders ist man sagt ja ja okay nicht mal sagt sondern der allgemeine trend ist ja es geht in die elektrorichtung wir haben jetzt auch dieses auto mit diesem motor nicht mehr allzu lange obwohl das hier ja wirklich hightech ist man hat die diesel motoren so weit optimiert so weit entwickelt dass man jetzt solche aggregate hier hat mit twin dosing mit abgasreinigungssystemen die deutlich deutlich sauberer sind als die eu vorgibt dass sie sein sollen das ist schon sehr sehr stark dass man sowas hier tatsächlich auch realisieren kann mit einem vermeintlich was ja in der gesellschaft schade ist vermeintlich nicht sauberen dieselmotor wir haben diesen motor hier an ein acht gang automatik wandlergetriebe angeschlossen und man hat hier noch einen elektrischen lade also einen elektrischen verdichter angeschlossen der mit sieben kilowatt angetrieben werden kann oder auf 80.000 umdrehungen gebracht werden kann das heißt dieser verdichter der wird dazu geschaltet auch ist dieser verdichter gut für die abgasreinigung aber natürlich auch für das ansprechverhalten und für die spontanität dieses autos jetzt ist nun schade dass das auto dann trotz dieser technik ein wandlerautomatik getriebe also ein wandlergetriebe angeschlossen hat denn das nimmt wieder die spontanität ein bisschen raus werden wir auch noch sehen das ist jedenfalls der hintergrund hinter dieser technik grundsätzlich wäre es natürlich toll würde ein elektrischer verdichter zu den turboladern oder zu dem zu einem turbolader bei einem dieselmotor hinzukommen so wie es jetzt hier ist aber ein doppelkupplungsgetriebe dran wäre das heißt man hätte dann die spontanität aller antriebskomponenten und plus die spontanität dieses elektrischen verdichters eav heißt er bei audi naja und an diese diskussion schließt sich dann natürlich auch unweigerlich an was soll man jetzt in diesen ungewissen zeiten auch bei autos machen soll man sich jetzt noch wirklich einen diesel kaufen oder soll man wirklich umschwenken auf benziner wer einen diesel gehabt hat oder ganz umschwenken auf elektro das ist nun mal eben die frage ja was haben wir hier als ganz normale rechnung beim audi s5 diesel oder bei allgemein bei einem v6 dieselmotor wir haben ein wltp verbrauch von diesem auto jetzt hier von 7,2 liter also mal gerundet 7 liter wir haben bei einem vergleichbaren elektrik elektroauto elektrik und elektroauto e-tron gt bleiben wir mal bei der marke ein wltp verbrauch von 20,5 20,8 liter sind es glaube ich nicht liter sondern kilowattstunden pro 100 kilometer also gehen wir da auch runter auf 20 kilowattstunden haben wir das ähnliche verhältnis 7 liter auf 100 kilometer bei dem hier 20 kilowattstunden beim e-tron gt das ist wirklich von der bauform von der klasse und so wirklich sehr sehr ähnlich das heißt wir haben bei den heutigen strompreisen rechnen wir mit mit 40 44 ab nächstem jahr werden es wahrscheinlich auch zu hause 50 cent wenn man immer sagt ja okay man kann ja zu hause laden und so da ist sehr günstiger als am schnelllader bei der autobahn da hat man ohne vertrag hat man diesen grundvertrag bei ionity oder wie sie alle heißen enbw nicht zahlt man tatsächlich dann irgendwie 79 84 cent teilweise auch drüber leicht drüber bleiben beim normalen stromtarif 50 cent die kilowattstunde dass man das mal so nimmt vielleicht auch als mittel wahrscheinlich sind es wenn man viel unterwegs ist und so drüber aber das ist dann einfacher zu rechnen das heißt wir haben bei einem verbrauch von 20 kilowattstunden und 50 cent die kilowattstunden haben wir 20 mal 50 also zehn euro auf 100 kilometer verbrauch bei dem auto jetzt hier bei den sehr stark angestiegenen dieselpreisen liegen wir gerade bei gerade so bei 180 aber sie waren bei zwei euro rechnen mit zwei euro dann sind wir hier bei sieben liter zwei euro das heißt 14 euro pro 100 kilometer das heißt pro 100 kilometer ist dieses auto jetzt großzügig gerechnet vier euro teurer als ein vergleichbarer stromer vorausgesetzt sehr hohe dieselpreise vorausgesetzt relativ niedrige durchschnittspreise im stromverbrauch das heißt man merkt schon das pendelt sich ein und klar die realverbräuche die unterscheiden sich dann doch noch denn mit diesem auto kann man langstrecke natürlich ganz anders fahren als ein mit einem elektroauto mit einem vergleichbaren mit einem e-tron gt hier reicht eine tankführung für 800 kilometer man kann ordentlich flott unterwegs sein beim e-tron gt sind 800 kilometer bei weitem nicht drin wir sind in e-tron gt ja auch gefahren beim e-tron gt liegen wir da eher so bei bei den geschwindigkeiten die man hier realisieren würde er so bei 280 kilometer das heißt man muss viel öfter nachladen und man hat dann auch deutlich höhere verbräuche geht es in die höheren geschwindigkeit jetzt kann natürlich sagen ja gut macht man tempo limit fährt man halt nur noch 110 120 oder 130 maximal das ist ja dann noch schon schnell aber soweit sind wir ja in deutschland gott sei dank noch nicht so dass man mit diesem auto auch mit 250 abgeregelt er könnte schneller mit sitzmassage über die autobahn ballern kann das nur hier zu dieser elektro diesel debatte ich finde es schade dass es immer nur so einseitig beleuchtet wird und wir stehen hier gerade so gott will oder so der zufall es will in einem schönen regenerativen stromfeld mit vielen windrädern die sich teilweise nicht drehen die meisten drehen sich aber hier gibt es da hinten man sieht es vielleicht am horizont wird auch gerade noch mal eingeblendet ich habe mich gestern gefilmt einen ganzen park der sich das ganze wochenende lang nicht gedreht hat das heißt woher kommt der strom aus dem elektroauto oder für das elektroauto heute in deutschland klar vor allem gerade jetzt natürlich sehr viel aus kohle und gas das heißt man hat am ende dann tatsächlich wirklich nichts gekonnt und ist mit einem diesel dann auch deutlich ökologischer so blöd es klingt im moment unterwegs als mit einem elektroauto so jetzt gehen wir aber wieder ans auto an sich wir haben hier habe ich schon gesagt quantumgrau als außenfarbe was ich schön finde was nicht jedermanns geschmack ist ist die innenausstattung hier wir haben die sitze dann noch in magmarot hier das ist eine schöne kombination aus diesen roten eyecatchern und dem wirklich sehr edlen interior in grau auch mit den roten nähten noch am lenkrad ganz klar auch das lochleder hier für die s modelle hier von audi das ist schon sehr sehr gut gemacht der grundpreis bei diesem auto hier der liegt bei 68.000 euro bei rund 68.000 euro mit der ganzen ausstattung die man hier an bord hat wir haben das sportfahrwerk hier verbaut zum beispiel und den s das s differenzial sportdifferenzial auch verbaut dann haben wir noch viele ausstattung im interieur klar eine bessere anlage dann das audi mmi system online lösungen und so weiter dann würfelt sich das eben zusammen und wir kommen hier bei diesem auto auf einen preis von knapp 84.000 euro dann allerdings nicht mit diesen 18 zoll felgen sondern wir haben sommer ausstattung also sommerräder bei diesem auto die sind dann die 20 zoll s line räder 0 100 machen wir jetzt hier auf diesem geraden stück das reicht bis nach vorne hin da geht es am ende ein bisschen bergauf aber das macht nichts 4,9 sekunden mal sehen wie die sich hier mit der spontanität mit dem wandler automatik getriebe hier anfühlen so 0 100 wir sind hier im dynamik programm das ist gut das heißt wir gehen jetzt hier an die strecke ist man schon immer ein bisschen aufregend obwohl natürlich nicht so super super schnell ist aber es reicht so linke ist gas rechts gas und los geht es er geht schon wenn man ihn vorspannt dann ist es schon 100 genau wenn man ihn vorspannt dann geht das schon echt gut würde man ihn nicht vorspannen mit der bremse dann hätte man das können wir ja auch gleich noch mal machen dann hätte man diese leichte verzögerung drin so wie jetzt hier ich gehe aufs gas und ja man hat man hat einfach diese diese ganz leichte denksekunde die er eigentlich mit dem elektrisch verdichter mit dem elektrischen verdichter nicht haben müsste ja hier beim fahren ich gehe jetzt mal auf man hört auch den sound man hat sehr gehört aus der membran die ich vorhin gesagt habe jetzt gehe ich mal auf komfort dann verändert sich natürlich das gesamte auto ist es sehr sehr komfortabel auch das lenkrad hier wird deutlich sachter das heißt der lenkwiderstand wird geringer und so und man fährt jetzt hier mit dem auto wenn man sich wieder die sitzmassage hier kann man auch direkt am sitz an machen genau an macht dann fährt man wirklich sehr sehr entspannt tatsächlich hier durch die gegend und dann passt es auch tatsächlich mit dem wandlergetriebe denn das lässt halt auch keine rucker zu das ist dann wirklich auch sehr entspannt zum fahren weil es einfach kein ja kein wahnsinnig sportlich abgestimmtes also im sinne von rennwagen abgestimmtes auto ist das soll der s5 tdi auch gar nicht sein wenn man jetzt hier ganz entspannt über die landstraßen fährt dann merkt man okay man hat schon so das feedback von der straße das passt schon was hier an der lenkrad lenkrad ankommt aber es ist was ganz anderes wenn ich jetzt hier tatsächlich wieder in den dynamic modus gehe dann höre ich nicht nur das blubbern also was eingesteuert ist sondern ich habe einfach auch mehr gefühl im auto mehr gefühl in der lenkung und was mir hier aber tatsächlich dann noch fehlt ist mehr spannung mehr gefühl in der lenkung ansonsten kann man trotzdem hier flott auch über diese straßen fliegen die tatsächlich sehr sehr ruckelig sind und sehr sehr komisch sind genau und man hat auch ein schönes bremsgefühl in der bremse sie hat einen schönen druckpunkt allerdings kann jetzt dazu nicht wahnsinnig viel sagen weil wir haben feuchte und kalte witterungsbedingungen und das dann auch mit winterreifen da bräuchten wir jetzt hier schnee um das mit diesem allradantrieb mit quattro schön auszutesten so auch auf den sehr engen straßen hier macht das auto tatsächlich eine freude denkt man immer gar nicht dass ein diesel so trotzdem so agil sein kann wenn man hier jetzt fährt dann ist das eine schöne und sportliche sache und man kann hier ganz schön deutlich sehen alles klar das auto das hat nicht nur power sondern auch präzision und geht hier gut durch die kurven jetzt fahren wir gerade die straße hoch an die asse weiß ich ob sie es kennen ob sie dort schon mal waren in klager da sind wir jetzt gleich davor und dann würde ich sagen schauen wir uns da das auto noch mal ganz kurz von außen an und machen ein fazit audi s5 tdi sportback also in dieser sportback ausführung hier ich finde es ein sehr schickes auto vor allem mit so leichten akzenten leichten sportlichen akzenten sowie diese lippe hier hinten und so mit den schwarzen kontrastelementen imaginär vorstellbar jetzt mit größeren felgen wenn es keine winterräder sind mit dem privacy mit der privacy verglasung hier und so das auto ist schon schick es fährt sich auch gut es fährt sich elegant und es ist sehr sehr schnell auf der autobahn und es ist perfekt für die langstrecke mit einem tank über 800 kilometer wenn man sehr sparsam fährt sind sogar die 1000 kilometer möglich das denke ich schon da macht das auto wirklich für diejenigen sind die sehr viel unterwegs sind und die das autofahren lieben und die nicht alle 280 300 kilometer an der ladestation stehen wollen denn klar so lange gibt es dieses auto nicht mehr das auto wird jetzt noch ein paar jahre laufen schätze ich zwei drei jahre ich weiß nicht wie lang der diesel wie lang auch die den diesel laufen lässt je nach nachfrage wird es vielleicht früher oder später dann auch sein damit deswegen könnte man sich tatsächlich noch mal überlegen ob man sich einen v6 diesel kauft oder nicht denn auch der unterschied zwischen einem zwei liter diesel und einem drei liter diesel also vier zylinder und sechs zylinder ist natürlich auch in der effizienz und in der nur im nutzungsverhalten unterschiedlich ist man sehr viel fährt man sehr viel langstrecke und das flott dann lohnt sich natürlich der v6 liter also der größere v6 drei liter diesel der größere diesel ist man eher im städtisch ländlichen bereich unterwegs oder auch langstrecke fährt aber nicht ganz so schnell nicht ganz so zügig bleibt bei 130 140 km h dann lohnt sich natürlich auch der zwei liter diesel mehr je höher die geschwindigkeiten je länger die strecke desto besser ist es den größeren diesel dann auch zu nehmen und nicht zuletzt natürlich auch für den spaß für die freude am fahren das passt zwar nicht zu audi hier sondern eher zu bmw deswegen vielen dank fürs zuschauen bis hierhin ich freue mich sie auch wieder zu sehen beim nächsten mal beim nächsten video wenn du vielleicht sogar wieder ein elektroauto testen